Hallöchen! Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin ja den September über in Leipzig und habe mich spontan entschlossen, dort ein Selbstliebe- und Intuitionsseminar zu geben. Und zwar am 16. und 17. September. Und dieses Wochenende ist ein Selbsterfahrungswochenende, wo wir über Körperarbeit, wo wir über geführte Meditation, über den Austausch mit der Gruppe und ganz vielen anderen praktischen Übungen uns so ein richtig schönes, wohliges, liebevolles Wochenende machen und uns selbst erforschen, was so vielleicht der Selbstliebe im Wege steht oder wie wir die stärken können. Und das halt wirklich im Kraftfeld der ganzen Gruppe, weil das ist echt, wenn da so viele zusammenkommen, einfach voll das schöne, stärkende, unterstützende Feld. Und ja, ich hoffe natürlich, dass du über das Seminar hinaus dann ganz viele Übungen und Erfahrungen mitnehmen kannst, die du dann in deinem Alltag weiterführen kannst. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, findest du alle Informationen unten in der Infobox oder auch wenn du Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich da wie Bolle drauf, mit dir da so ein richtig schönes Wochenende zu feiern. Und ja, also, mehr bleibt mir nicht übrig zu sagen, außer dass ich mich riesig drauf freue. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Kati.